So, da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, in der letzten Folge haben wir die Kampfhanschuhe des Agamendon gefunden und die Silbermine abgeschlossen. Und wir haben einen Kultistenhinweis bekommen. Und zwar über den hier. Einen, äh... Sklaverei ist natürlich. Sie ist notwendig. Einen, äh, Kultisten, mit dem ich, äh, nicht gerechnet habe, dass wir hier eine Info finden. Eigentlich habe ich den hier gesucht, der einen Steinbruch und Sklavenhandel hat. Aber ja, wir haben jetzt eine Info für einen ganz anderen Kultisten bekommen. Der sich irgendwo in Mykonos auffällt. Aber gut. Ist auch gut. Wir müssen immer noch, äh... Ah, hier ist Brison. Schauen wir mal ganz kurz rein. Wo ist Brison? Brison. Zeusme. Wo ist Brison? Da. Brison ist der hier. Hm. Wir müssen mal eine Festung finden in Athen. Wahrscheinlich ist die weiter oben irgendwo. Parentsgebirge, heilige Ebene, der Demeter, belagerte Ebene. Verlassenes Ackerland, Strandwahrer. Wo könnte hier ein Turm sein? Wahrscheinlich hier in der belagerten Ebene, weiter oben. Jetzt ist die Frage, sollen wir zur Pirateninsel gehen und die Hauptquests weiterführen und unsere Mutter suchen? Oder sollen wir erstmal die Kultisten in Athen finden und unser Gift-Set vervollständigen? Ich glaube, es wäre klüger, wenn wir erstmal unser Gift-Set vervollständigen, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Ähm, deswegen entferne ich hier die Markierung erstmal fürs Erste und wir kümmern uns hier um Athen, machen die Nebenquests. Und danach werden wir schon ein paar Infos kriegen und nebenbei halten wir dann Ausschau nach, ähm, nebenbei halten wir Ausschau nach, äh, einer Festung. Und nach einem Steinbruch, wo Sklavenhandel übertrieben wird. Denn die Silbermine war es nicht. So, wir machen hier eine Schnellreise, machen die Nebenquests, versuchen Informationen zu sammeln und so weiter. Wie immer. Wie immer. So, komm, lad, ein bisschen schneller. Das wäre schön. Richtig Lust, gerade auf Odyssey, ich nehme jetzt ein paar Folgen mehr auf. Aber nach der Folge werde ich aufhören für heute. Von dem kriegen wir keine Kultisten-Infos, das weiß ich. Dem brauchen wir nicht zu helfen. Äh, ja, dann gibt es eigentlich nur noch zwei Nebenquests hier. Oh, das könnte eine Festung sein da drüben. Vernarbter Berg-Penteklion. Das könnte auch die, äh, der Steinbruch sein. Ich glaube, ich werde erstmal da hin reiten. Bevor ich hier die beiden Nebenquests mache. Ja, das könnte echt der Steinbruch sein. Das ist auch so weiß dort. Weil, der Kultist, den wir suchen, soll sich ja in einem Steinbruch befinden. Schauen wir mal, wie sieht das da aus. Ja, das ist safe ein Steinbruch, oder? So wie es da aussieht. Safe. Dort wird es sein, was ich suche. Oh, nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben. Don't die. Gut, wir laufen mal hier aus der Stadt raus. Und dann reiten wir da hin. Also, selbst wenn da ein Steinbruch sein sollte, scheint sich da vorne in der Festung zu befinden. Zumindest sieht das so aus. Das könnte auch, äh, das könnte auch hier die, äh, spartanische, äh, Armee sein. Nach den Flaggen zu urteilen. Steinbruch, nice. Genau das, genau das haben wir gesucht. Dorf am Penteklion. Genau nach diesem Steinbruch habe ich gesucht. Okay, da kämpfen sie. Okay, da kämpfen sie. Ich werde mal ganz kurz was abchecken. Den Schatz nehmen wir natürlich mit. Äh, wo waren die Zelte? Hier waren doch irgendwo Zelte da. Ist da ein Mann am Sitzen? Rein zufällig. Nein. Schade. Ich meine, ich hatte es in Erinnerung, dass der Kultist hier irgendwo vor dem Steinbruch am Sitzen war, vor einem Zelt. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau, ob es dieser ist. Oder ein anderer. Spielt auch keine Rolle. Spielt keine Rolle. Spielt alles keine Rolle. Die sind so krass aufgeteilt. Und unten ist nur eine Wache. Lass mich frei. Schwachodisch. Danke. Bro. richtig hoffnungslos. voll der arme. komm ich geh wieder runter, das ist so ok. Häh! Gut, das hatten wir erledigt. Ja, wir müssen weiter nach oben. So, nice. Ich glaube, beim ersten Run hatten wir diesen Steinbruch gar nicht aufgesucht. Wir sind einfach straight die Hauptquests durch. Das ist gut, dass wir den diesmal machen. Ich werde versuchen, die Kultisten mit Infos zu finden. Ohne mich spoilern zu lassen. Weil wenn ihr straight die Hauptquests durchzieht, dann werdet ihr überrascht. Wer die Kultisten sind und ich will denen zuvorkommen diesmal. Swim, my friend, swim. Da ist noch ein Ostrakonrätsel. Dann hätten wir hier einen Steinbruch auch erledigt. Der war es auf jeden Fall nicht. Es scheint ein anderes Steinbruch in Athen zu geben. Die Frage ist, wo ist das Ostrakonrätsel da drüben? Nice. Holen wir den auch noch? Dann können wir hier raus. Nice. Gut. Das war ein Steinbruch, aber nicht der, den wir suchen. Also scheint es hier noch eins zu geben irgendwo. Der war es nicht. Gibt es hier sonst irgendwo eine weiße Stelle? Wahrscheinlich weiter oben. Wir gucken mal. Wir nehmen mal den Aussichtsturm da hinten. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Was sagt die Uhr? Ja, wir haben noch Zeit. Sehr gut. Weiter, Phobos. Weiter, schneller, 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 schneller. Und was ist das hier für ein Fragezeichen? Pharnes Jagdgründe. Oha. 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 Krasser Höhle auf jeden Fall. Oha. Oha. Hier ist sogar ein Schatz. Direkt mal plündern. Äh. Schleier. Ja, es gibt auf jeden Fall Sinn, dass hier sehr viele Ziegen rumlaufen. Direkt vor einer Löwenhöhle. Altar des Zeus. Äh. Äh. So, was ist eigentlich da hinten rechts? Warte mal, also... Da hinten ist eine Festung, das sehe ich. Da hinten auch. Hm, da hinten auch. Wahrscheinlich ist das die Festung, die ich brauche. Ah, da hinten. In welche Richtung gucke ich da? Das hier, das hier wird es sein. Oder das hier. Ne, so weit ist das nicht. Das hier wird es sein. Oder? Jetzt sehe ich es nicht von hier. Doch, ich sehe es da hinten. Ne, das ist das nicht. Das ist das nicht. Das ist es nicht. Ein Freund in Not. Hey Thor. Verlassenes Ackerland. Ne, das werden wir nicht machen. Wir bewegen uns mal hier in belagerte Ebene. Gucken mal, ob wir da einen Aussichtsturm ausfindig machen können. Aber ich bin fest überzeugt, dass es diese Festung ist, die wir brauchen für das kultigsten Info. Und deswegen werden wir auch da hinreiten jetzt. Brauchen wir eigentlich nichts anderes machen hier. Abgebrannter Hof. Vorsicht. Niemand darf mich sehen. Was ist poppin'? Ich muss mal ganz kurz meine Waffe wechseln. Denn die macht kaum noch Schaden. Die können wir anziehen. Die können wir anziehen. Oder auch nicht. Ich lasse das erstmal. Beide machen den gleichen Move. Die können wir anziehen. Ich werde meine Adrenalinpunkte nicht an den normalen verschwenden. Die benutze ich hier für den Soldaten. Ich lasse das selbst. Oha, chill mal. Wie viele, wie viele wollen bitte noch kommen? Irgendwie, ich hab das nicht so krass in Erinnerung, dass so viele auf einmal kommen, so viele Soldaten. Da kommt schon der vierte, der vierte ist schon im Anmarsch. Ich hab das nicht so krass in Erinnerung. Kann auch sein, dass sie es schwieriger gemacht haben. Aber irgendwie, dass so vier Leute auf einmal kommen, hab ich bis jetzt, glaub ich, nicht gesehen. Oder ich erinnere mich nicht mehr, das kann auch sein. Ich muss kurz Pfeile herstellen. Was sagt die Uhr? Oh, wir haben noch Zeit, alles gut. Oh. Ah. 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 parieren ist echt alles in diesem spiel ihr müsst einfach nur parieren spam dann kriegt ihr gefühlt keinen schaden außer die führen mal einen schweren angriff durch aber das machen die sehr selten haben wir alles erledigt nice level 20 erreicht einmal ins haus bitte diesen ort haben wir auch abgeschlossen ich wollte eigentlich gar nicht dahin wir wollten uns auf den weg machen zur burg ob der sich da hinten befindet ich weiß gar nicht ob das noch athen ist müsste aber eigentlich ich guck mal ganz kurz wo wir wo wir sind ja ja das ist noch athen da hat ich noch athen in panes gebirge das müsste echt die festung sein wo wir die info finden das ist eine athener festung ja das müsste sie sein die machen wir jetzt noch auf die schnelle muss man ganz kurz fähigkeiten verteilen und zwar werden wir wir werden eiliges attentat erhöhen oder ja 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 wir erhöhen eiliges attentat weil diese ketten attentate sind meistens one hit und es hilft schon aus der patsche manchmal größtenteils so mehr ist hier nicht ich bin enttäuscht gut dann machen wir das ganz schnell wie viel zeit haben wir dafür ungefähr 10 minuten wenn wir das sind ja kriegen wir hin gut dann kommt easy gut 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 ganz gut und und ist da drüben jemand ja ja ich bin hier komm 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 ja sie mal nach was das war wir haben kritischen attentat gemacht ich muss schnell den da drüben holen der hat die leiche gesehen und der da drüben wird es aussehen den muss ich auch ganz schnell erledigen ja du solltest mal nachsehen hat kein ende das hätten wir auch erledigt dann gehen wir mal die in die andere richtung der konnte leider keine verstärkung mehr rufen er hat die leichen gesehen wir müssen den problemarschen holen sonst ruft der verstärker kommen sie kommen sie dieser lärm ist nicht auszuhalten sagte da kommen greifen oha Kultisten in Weiß. Oha, oha. Das war er. Tatsächlich. Helmipos. Der Helmipos. Mit dem hatten wir doch im Symposium gesprochen sogar. Der war so negativ. Ich hätte mir denken müssen, dass er einer der Kultisten ist. Das habe ich damals gar nicht bemerkt. Ach krass. Das habe ich damals gar nicht bemerkt. War ich das? Ja. Da wird das Feuer sehen und dann da hinlaufen. Ich finde dich. Was überlebe ich nicht? Was überlebe ich nicht? Bommeln sie, Bommeln sie. Nice. Gut, das haben wir auch erledigt. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen, weil sonst wird die Folge wieder ewig lang. Jetzt, wo wir unsere Info haben, können wir eigentlich hier ein bisschen schneller durchrattern. Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Wir müssen den Schatz nehmen. Okay. Dann weiter. Einmal hier rein. Dann hier die Vorräte. Dann hier die Vorräte. Dann wieder hoch. Den Typen da. Nice. Dann einmal hier auf die Burg. Wir haben da außerdem eine Vorratskiste vergessen. Oha. Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Oha. Das war kritisch. Ich glaube, das ist mit so die leichteste Burg, die ich eingenommen habe bis jetzt. Glaube ich. Soll Jettina jetzt mal siegen? Naja, eigentlich wollen wir ja, dass sie siegen, aber auch. Du kannst nicht fliehen. Das kann doch nicht sein. 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 Ja. 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 Das ist ein Sperrgebiet. ich hole erstmal die äußeren bevor ich mich um die anderen kümmere ja Ja komm kurz, komm kurz, yes, I'm here. Was ist das für ein Geräusch? Komm. Okay. Das wäre auch erledigt. Ja, da tauchst du davon, Junge. In den Hades mit dir. Gifthandschuhe, direkt mal anziehen. Dann fehlt uns nur noch ein Teil. Und zwar die Kopfbedeckung. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt genug Hinweise haben für den letzten. Nein, haben wir immer noch nicht. Gehört ein Steinbruch und ein Sklavenhandel, hilft den Leuten in der Nähe. Müssen wir mal schauen, wer das ist. Ich weiß es noch nicht, leider. Genau deswegen habe ich Eiliges Attentat geskillt. Weil der zu stark ist, für ein ein eiliges Attentat, Deutsch. Konnte ich so. Konnte ich so hin und her springen. Und dann beide rollen, direkt. So. Ich kämpfe mit einem Bären zusammen. Das ist auch sehr interessant, wie manche Soldaten einfach mit Tieren kämpfen. Gut. Was sagt die Uhr? Ja. Wir müssen auf jeden Fall mal hier eine Folgenpause einlegen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.